hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit mir immer gleich ja und wir schauen jetzt mal hier in den aktuellen item shop rein ihr könnt ja hier vorne schon sehen was er sofort gemacht hat er ist hier durch die wohnung gerannt wie ein aufgescheuchtes hinkel als er gesehen hat dass der skall trooper jetzt shop ist das alles was er gemacht hat sich den sofort geholt so darauf hat er schon die ganze zeit gewartet sorry mit jetzt ist das ding nicht mehr hauptsächlich da eins gehen ich habe jetzt heute so viele skall trooper umrennen sehen so da kommen wir mal hier rein in dem item shop und da ist er da ist er der skall trooper ja das ding ist richtig geil guck mal hier rein hast mal den hat er sich geholt also hier ist das skall trooper mega nice dieser skin ist richtig richtig geil also absolut sensation coole sache so zum einen der skall trooper und dann zum anderen der skall ranger die weibliche version davon auch richtig 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 geil und beide bekommen von mir 10 von 10 richtig geile skins sowie sind denn die allgemeinen meinungen von euch zum skall trooper und zum also wo wir hier ein so das ist das falsche das hier ist der skall trooper oder rein 3,8 von 5 ok so bei wie vielen wo es das erste mal am 30 oktober 2017 rausgekommen 3,8 von 5 bei 92 wo es das ist schon echt nicht schlecht mein lieber so und dann haben wir noch hier den skall ranger und auch hier hier sogar noch mehr 4,46 von 5 aber nur 13 wo auch das war am 10 oktober 2018 released worden ok ich hatte das ursprünglich so verstanden von dem herrn sofort irgendwie habe ich gedacht den hätte es vorher schon gegeben das ist ja geil der skall ranger ist jetzt neu rausgekommen ok deswegen habe ich das ding auch vorher noch nie gesehen ja ok richtig richtig nice ja geil freue ich mich natürlich also skall ranger hier ein neuer skin komplett neu rausgekommen so skall trooper und skall ranger und jetzt gibt es hier was richtig 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 nice das ist zum einen die skall sickle die sieht schon auch ziemlich cool aus muss ich sagen review styles da gibt es unterschied boah das sieht man jetzt aber irgendwie nicht richtig das ist hier gern kann es dann vielleicht sehen nö selectable styles ok back ah ok ja die ist richtig nice wie viel würde ich der geben ich gebe dir mal 7 von 10 gucken wir mal wie sieht es denn aus mit der skall sickle so und da sind die votes folgendermaßen 4,38 von 5 bei 8 votes ist auch das erste mal jetzt heute rausgekommen die skall sickle nice cool so und jetzt kommen wir zu einem heißen teil das ist richtig 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 geil oh mein gott oh mein gott ist das geil das ding alter der crypt cruiser gibt es hier auch verschiedene styles oh mein gott oh mein gott oh mein gott wow das ding ist richtig richtig nice alter holy shit okay also 10 von 10 definitiv von meiner seite aus gesehen hammer teil wie sind da eure bewertungen 4,4 von 5 shop history das erste mal ich muss kurz mit dem kopf zur seite am 10 oktober 2018 rauszukommen also neu so geiles teil so und dann geht es jetzt dann kommen wir rüber zu den normalen daily items hier das ist einmal der mullet marauder der sieht aus wie eine billige dieter bohlen version aus den 80ern jammer hart jammer soul so ähm ja äh grausam was ein glück ich habe es schon mal gesagt dass die 80er rum sind also schreckliche schreckliche skin ich gebe dem ding 2 von 10 und ähm wie sind eure votes dazu 2,8 von 5 ich gehe mal wieder mit dem kopf beiseite august den 12 2018 ist erstmal rauskommen ich glaube das nächste mal ziehe ich mich darüber auf die andere seite weil äh sonst ist das ein bisschen komisch oder ich mache ich ziehe mich jetzt einfach mal hier weiter rüber so jetzt sieht man genauso wenig so jetzt lande ich war ich lande doch glaube ich besser auf der rechten seite dann sieht man das nicht ich kann es noch anders so ich bin nicht ganz so also manchmal bin ich ein bisschen so war es doch mal so jetzt kann ich das ding doch ziehen wir das einfach hinten rüber so und halt ja guck mal da der herr gleich hat eine lösung gefunden und so sieht das doch viel besser aus so aber das ding da auf der rechten seite und ich kann da links bleiben ok also ja das muss alles noch aus getestet werden ist ja noch relativ neu die funktionen bei mir sorry für das hier also dann gehen wir zurück dann gehen auf den bright bomber und der ist ja nach wie vor bei euch mega beliebt ja ich gebe dem dingen halt sechs von zehn und ich weiß aber dass er hammer beliebt ist der herr sofort liebt den ja auch sagt das ist ja der spitze skin 4,36 von fünf das erste mal am 15 dezember 2017 rausgekommen so dann sind wir hier bei der exercise und die exercise ist eine hantel auf einer seite keine gewichte jo und alles in pink knalligen farben schrecklich also das ding kriegt von mir auch nur zwei von zehn dann gucken wir mal wie steht ihr denn zu der ex okay kein vot bis jetzt 12 august 2018 erst mal raus zu kommen also ihr mögt die auch nicht kann ich das ding ist wirklich schrecklich aber jetzt darf ja was soll ich sagen da kommen mir die tränen wenn ich sowas vor mir sehe ja aber er ist ja ganz cool aber ich mag ihn halt nicht wirklich deswegen kriegt das ding von mir ich 6 von 10 so und da wie sieht es denn da aus bei dem ding star 4,33 von 5 bei 6 votes am 17 mai ist erst mal raus zu kommen okay so jetzt gibt es hier rambunctious ja sofort auf zucker andere voll gedröhnt mit rambunctious ich finde das ding nicht wirklich ich gebe dir mal 6 von 10 so wie sind denn eure meinung dazu 3,88 von 5 bei 8 votes 9 juni 2018 erst mal released so dann gehen wir hier raus dann sind wir bei dem letzten 0 von 10 was soll ich darauf geben das ding ist schrecklich grausam der windbreaker mit den hanteln da die farben der windbreaker und ja dazu gibt es tatsächlich auch noch kein vote 12 august 2018 rauszukommen kein vote bis jetzt tatsächlich fünf leute wollen wissen wann der wieder rauskommt also ja wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch mal ein like da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt fortnight daily shopnews mit mir dann gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss